Wir sind verantwortungslos. Wir verbrachten den Rest der Nacht damit, das Material aufzutreiben und den Wagen zu beladen. Danach nahmen wir etwas Maskalien und gingen schwimmen. Unser Trip war anders. Er war eine klassische Bestätigung all dessen, was richtig und wahr ist am nationalen Karate. Ein physikalischer Salud an die fantastischen Möglichkeiten des Lebens in diesem Land. Aber nur für solche mit wahrem Mumm. Und wir strotzen geradezu davon. Verdammt richtig! Mein Anwalt versteht, was ich meine, trotz seiner fremdländischen Herkunft. Aber du auch? Er sagt, er verstünde es. Ich konnte an seinem Blick erkennen, dass dem nicht so war. Er belug mich. Medizin! Was? Medizin! Medizin? Oh ja, Medizin, wirklich! Hier ist sie. Keine Sorge, mein Mann hat ein krankes Herbst. Angina pectoris. Aber wir haben in Mitte dagegen. Hier, mein Freund, in Ordnung. Tief durchatmen, tief durchatmen, tief durchatmen, tief durchatmen, Johnny Boy. Also, schon geht's dir besser. Und ein für den Doktor. Was zum... Was zum Henker haben wir hier draußen mitten in der Wüste verloren? Man muss die Polizei rufen, wir brauchen Hilfe. Wir brauchen Hilfe. Wir brauchen Hilfe. Wir brauchen Hilfe! Die Wahrheit ist... Wahrheit? Dass wir nach Las Vegas fahren. Vegas? Um meinen Heroinverkäufer namens Schnee Henry umzulegen. Das ist wahr. Weil er uns abgezogen hat, obwohl wir uns schon seit Jahren kennen. Du weißt, was das bedeutet. Du weißt, was das bedeutet, nicht wahr? Nein. Schnee Henry wird den Löffel abgeben. Wird den Löffel abgeben. Wir werden ihm seine Lungen rausreißen. Wir werden sie aufessen. Der Bastard wird damit nicht durchkommen. Jetzt mal ehrlich, was ist los? In diesem Land, wo ein Schwanzlutscher wie der einfach einen promovierten Journalisten bescheißen kann. Kannst du? Hey! Danke fürs Mitnehmen. Ich mag euch, Jungs, ganz ehrlich. Macht euch ja mit... Warte! Komm, Tirol, gut, trinkt noch ein Bier! Mist. Bockmist. Ich werde ihn vermissen. Rutsch mal ein Stück. Hast du deine Augen gesehen? Wir müssen aus Kalifornien raus, bevor der Bullen über den Weg läuft. Komm schon, verzieh dich, du fette Quarre. Mann, der Kerl war echt so flieg. Scheiße. Mann, dercher schistet, Philippe Gisch похsi and anti-mochan wird. Ganz ruhig has nicht dalmedolrias. Ja. Wan, der Welt. Jetzt попelt es irgendwie zu. Ja. Ja. Ich denke. Ja. Es ja ... Ja, ja. Vielen Dank.